Ah, sehr gut. Da bist du ja endlich. Genau dich haben wir gesucht. Aber warte, du fragst jetzt sicherlich, wer ich bin. Mein Name ist Benjamin Ehlers und zusammen mit einem 16-köpfigen Team sorgen wir dafür, dass genau sowas wie hier nicht passiert. Seit ich an PCs denke, gibt es für mich eigentlich den Weg, dass ich sage, ich möchte in dem Bereich durchstarten und sagen, IT ist mein Fall für die Zukunft. Mir gefällt es besser, in einem kleinen Familienbetrieb zu sein, wie in einem großen Systemhaus, wo einer keinen kennt. Also mir ist der persönliche Kontakt auch wichtig. Also das Teamklima und die Mitarbeiter verstehen sich hier alle bestens. Ich komme gerne zur Arbeit, die Leute jeden Morgen hier zu treffen. Das ist für mich der beste Grund aufzustehen. Das ist halt wirklich ein geiler kollegialer Zusammenhalt hier. Permanent werden wir weitergebildet in unserem Betrieb, um immer mit dem neuesten Stand der Technik zu gehen. Wir haben also regelmäßige Webinare und Schulungen, um auch auf neuesten Attacken reagieren zu können. Also von der Firma, wir haben viele Freizeitangebote, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir uns am Wochenende mal treffen oder halt auch Weihnachtsfeiern oder halt auch, wenn wir Wunschlisten, da schreiben wir halt was drauf und dann wird das immer regelmäßig geholt. Oder Brötchen jede zweite Woche. Jeder kann mit jedem auf Augenhöhe kommunizieren, ebenso mit dem Chef. Wir nutzen uns alle untereinander. Unser Team ist so klasse, weil wir erstmal einen herausragenden Chef haben. Einen Chef, der auch die nötigen Freiheiten einräumt, um mal so ein bisschen in die Selbstverwaltung zu gehen. Wenn man bei uns anfangen möchte, dann muss man auf jeden Fall so die eigene Motivation mitbringen. Einfach so Leute, die Bock auf diesen Job haben. Wenn genau du Bock hast, als Fachinformatiker für Systemintegration in unserem coolen Team durchzustarten, dann bewirb dich jetzt.